In einer Veranstaltung in der Greichgauhalle in Bad Langenbrücken gedachten die Parabutscher an ihre Vertreibung vor 80 Jahren. Die Parabutscher wurden damals aus dem ehemaligen Jugoslawien vertrieben und fanden nicht nur in Langenbrücken eine neue Heimat. In Parabutsch, einem Ort in Serbien, heute Radkobo, waren sie bis zu ihrer Vertreibung zu Hause. Die aus der Region Vertriebenen werden als Donauschwaben bezeichnet, da ihre Flucht entlang der Donau erfolgt wird. Vorsitz der Parabutscher in Langenbrücken ist Heribert Rech, dessen Vorfahren ebenfalls aus der Region kamen. Meine Eltern, Großeltern und meine Vorvorfahren sind 1768 die erste Einwanderungswelle in dieses Donaudelta, in diese panonische Tiefebene, fand ja unter Maria Theresa im Jahr 1762 statt. Und da finden sich in alten Folianten noch Namen recht. Und da habe ich recherchiert. Also die kamen von dort. Ich selber bin aber hier geboren, 1950. Dass man hier Tradition pflegt, ist augenscheinlich. Gleichwohl sind die Parabutscher keineswegs rückwärts gewandt, sondern weltoffen und friedliebende Menschen, die sich hier in ihrer neuen Heimat stets engagiert eingetragen haben. Diese Leute, die ich kennengelernt habe, wo hier was aufgebaut haben, arbeitsreich, egal was, hilfreich. Ich habe Leute kennengelernt hier, Rezi, Dornstädter, egal, oder viele Namen könnte ich sagen. Etwas Schöneres gibt es nicht. In einer Halle gefüllt mit freundlichen Menschen lebten die Parabutscher an diesem Tag ihre Tradition. Aber es gab auch Gelegenheit, mit Zeitzeugen zu sprechen, die auf Flucht und Vertreibung aus eigener Erfahrung blicken konnten. Wie beispielsweise die 91-jährige Apollonia Rahn. Und beeindruckend, wie die Kinder und Enkel ihre Eltern und Großeltern begleitet haben, um ihnen diese große Freude einer Begegnung zu ermöglichen. Du warst ja 14 Jahre alt, das wollte sie wissen. Nicht, was Zeit für eine Familie hast, sondern damals. Damals? Ja. Mit meiner Mutter bin ich geflüchtet. Mein Vater war im Krieg. So war es halt. Eine besondere Begegnung hatten wir mit Ria Schneider. Ihre Mutter, Anne-Marie Ackermann, war einer der ersten weiblichen Bundestagsabgeordneten unter Konrad Adenauer und repräsentierte erstmals auch die Donauschwaben im Bundestag. Sie ist die erste Vertretung gewesen. Wie war das dann für Sie als Tochter? Hart, ja. Ich war damals 17, ja. Hab noch drei kleinere Geschwister gehabt. Wir waren erst seit einem Jahr in Deutschland. Hatten noch gar nicht die Staatsbürgerschaft. Also es war alles so unwahrscheinlich und unerklärlich, ja. Sie stand auf der Liste, wo die Liste für die Kandidaten gemacht wurde, ja. Da stand sie an 10. Stelle und da haben die Leute, wie das beschlossen wurde, die haben gesagt, ach ja, an 10. Stelle, da können wir auch mal eine Frau nehmen. Ja. Sonst war es so lauter Männer. Können wir noch eine Frau nehmen. Also sie ist katholisch, sie ist verheiratet, sie ist Flüchtling. Also nehmen wir die. Und haben nicht damit gerechnet, dass der Adenauer damals so großen Wahlerfolg gehabt hat, ja. Dann ist sie reingerutscht und hat gesagt, ja, was ist jetzt los? Am nächsten Tag, als die Reporter vor der Tür standen. Ich bin ja keine Politikerin, ich bin ja nur eine einfache Hausfrau, hat sie gesagt. Aber sie hat ganz schnell lernen müssen, ja. Und wie viele. Und wie viele. Ich bin ja keine Politikerin. Aber es ist. Und wie viele Leute. Und wie viele Leute. Wir werden die Leute. Ja. Und wie viele Leute. Das ist hier. Vielen Dank.